Ein dicker Kutsch von dem Trainer von der Meister! Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich-Beantworte-Eure-Kommentare-Video. Ja Leute, diesmal rund um das Spiel gegen den FC Augsburg. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein. Fangen wir an mit meiner Spielanalyse oder meinem Talk zum Spiel. Pavlovich, bester Mann, Juwel. Joa, Juwel passt, glaube ich, ganz gut. Ist auf einem guten Weg. CB, erstmal an dieser Stelle gute Besserung, King. Schade, dass es ihn jetzt erwischt hat und ich hoffe wirklich, dass es nicht das Kreuzband ist und er eventuell auch die EM verpassen könnte. Ein soweit starkes Spiel von uns auf diesen bodenlose Geläufe. Haben gut gegen gehalten und endlich mal wieder als Mannschaft gespielt. Kann es weitergehen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer so hochgehangen mit dem Rasen, Alter. Aber so ist das halt heutzutage einfach. Heutzutage muss alles spiegelglatt, saftig grün sein. I don't know, hat früher die Fußballer auch nicht gestört. Ist jetzt auch nicht so, dass es ein Acker war. Aber nur meine Meinung. GB, schade, dass Tell nur den Pfosten getroffen hat. Joa. Christian, alles gut, die Meisterschaft haben wir wieder selbst in der Hand. Und dann ist es noch ein ewig langer Weg. Da kann noch so viel passieren. Auch selbst nach dem Spiel gegen Leverkusen. Wichtiger ist die Leistung, die wir zeigen. Wenn man die ersten drei Spiele der Rückrunde nimmt, brauchen wir uns in der Meisterschaft keinen Kopf machen. Spiel gegen Augsburg war Tacken in die richtige Richtung, denke ich. Wenn wir daran anknüpfen. Jetzt mit unserem neuen Rechtsverteidiger, der nochmal ein bisschen Feuer reinbringt, denke ich. Vielleicht kommt der Brian noch. Ja, was man so liest, scheint es ja eventuell zu klappen. Dann hätten wir da auch nochmal auf außen einen, der Druck macht. Dann geht es vielleicht in die richtige Richtung. Mal abwarten. Aber erstmal müssen wir auf unsere Leistungen schauen. Wie gesagt, dafür sind noch viel, viel zu viele Spiele zu spielen. Selbst das Spiel gegen Leverkusen. Selbst wenn du das unentschieden gewinnen oder verlieren solltest. Wichtig ist die Leistung, die wir bis dahin und auch in diesem Spiel zeigen. Ja, wir müssen einfach mal wieder eine konstant gute und vor allen Dingen mannschaftliche Leistung zeigen. Dann ist auch alles drin. Dafür haben wir ja die individuelle Qualität. Aber bisher war das halt nicht zu sehen. Und ja, so eine Spielphilosophie wäre auch gut, wenn man die mal so langsam sehen würde. Box. Die Kommunikation war echt besser. Finde, das hat man echt bemerkt. Weniger einfaches Herumstehen, wenn der Ball mal nicht vorne ist. Morpheus. Ja, stimme ich zu. Morpheus. Man hat nach dem 1-0 für uns eindeutig gemerkt, dass das Selbstvertrauen zurückgekehrt ist. Sehr gut fand ich auch die Kommunikation auf dem Platz, die endlich mal vorhanden war. Ja. Kann ich vollkommen zustimmen. Anton. War ein sehr gutes Spiel. Bayern kann gewinnen, wenn sie es wirklich wollen. Aber manchmal kommt da eine Art Hochnäsigkeit bei kleineren Teams durch, was den Bayern sehr viele Probleme macht. Wenn sie es wirklich wollen. Also wir haben natürlich auch Glück gehabt in diesem Spiel. Ja, das darf man nicht vergessen. Darf man auch nicht kleinreden oder sonst was. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Also. Aber ja, wir dürfen keine Gegner unterschätzen und müssen diesen Schlendrian rauskriegen. Aber. Wie gesagt, ich persönlich mache das an den einen oder anderen Spieler fest. Und das sah, wie gesagt, gerade die Kommunikation. Ich bin ja nicht der Einzige, der es anscheinend bemerkt hat. War auf jeden Fall um einiges besser. Gerard Goretzka pass auf Davis mit dem Außenriss wie zu besten Kaiser Franz Zeiten. Ein Ausriss, Ausrissen, Ausrissen, Außenriss pass. Das ist jetzt auch nicht die hohe Kunst, Alter. Sollte ein Fußballprofi schon hinkriegen. Jens, am Ende zählt der Sieg. Drei Punkte sehr wichtig und es darf auch mal ein Kampfspiel sein. Aber Verstärkung ist bitter nötig. Sehe ich jetzt nicht so. Rechtsverteiliger Pose, ja, auf jeden Fall. Pauvich, ein gelernter Sechser, das merkt man. Ja, das merkt man. JB, ne? Sascha King, das sah ich auch so, dass man endlich eine Mannschaft auf dem Platz gesehen hat. Natürlich gab es wieder viele Fehler, aber alle haben versucht, diese zu lösen. Ich verstehe die Einwechslung nicht. Müller in der 89. Minute, Sané hätte schon viel früher runter müssen. Ja, habe ich ja schon gesagt in dem Video. Wahrscheinlich war der Gedanke, dass wir noch den einen oder anderen Konter fahren. Und dann ist so ein Sané natürlich um einiges schneller wie ein Müller. Ich denke, das war vielleicht eine Überlegung. Aber wer weiß. What's up, was ein Spiel. Ich bin da auch so wie du. Lieber so ein Spiel, als wie das davor. Die beiden Elfer gehen voll in Ordnung für Augsburg. Und schade, dass Tell nicht getroffen hat. Hätte es ihm so gegönnt. Aber was ich von dem Spiel halten soll, weiß ich nicht. Ja, es war alles schneller, besser und zielstrebiger. Aber wie oft war das schon die Saison. Ich hoffe, dass es jetzt so weiter geht und nicht wieder nach einem Fortschritt zwei zurück. Das war schon ansprechender heute als die letzten Wochen. Ich könnte natürlich jetzt böse sein und könnte sagen, Kimmich wird ja am Samstag oder am Wochenende noch nicht spielen. Also denke ich, werden wir nochmal ein etwas schnelleres Spiel von unserer Mannschaft sehen. Gerard Berger. Die Flanke beim ersten Tor von Augsburg war auch ein Geschenk von uns. Der Gegner konnte ohne Druck auf den Strafraum zudäumen. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Sagt ich ja. Also Davies war da eingerückt. Und wo ein Tell da war, weiß ich nicht. Hab ich nicht gesehen. Gerard nochmal. Ich bin voll bei dir, was die Einstellung angeht. Ohne diesen Willen der kompletten Mannschaft zu kämpfen, hätten wir es nicht geschafft heute. Ne, hätten wir auch nicht, weil Augsburg echt gut war. Das Problem von Müller, wenn er erst in der 80. Minute übermotiviert reinkommt, möchte er tun, was er in den 80 Minuten davor nicht tun konnte. Und ich habe es schon beim letzten Spiel gesagt. Wenn schon, dann Müller von Anfang an spielen. Torben finde es geil, dass generell sich die kleinere Mannschaften sich gegen die Großen besser zur Wehr setzen können. Gladbach heute gegen Leverkusen, Augsburg gegen Bayern. Da muss auch erstmal alles passen, dass der große Name gewinnt. Gegen meine Dortmund hat Augsburg, meine ich, auch gewonnen, oder? Ein starkes Remis geholt. Ja, Tuchel hat es ja gesagt gehabt, in der PK gegen die ersten sechs hat Augsburg, starke Ergebnisse eingefahren, ne? Und ich denke, man hat auch gesehen, woran es lag, ne? Hobby! Erik, sind schon wieder zwei Verletzte dazugekommen? Joa, so ist das Fußballerleben. The Mr. Kruzzi Fixon. Das Gute erst einmal. Drei Punkte sind am Ende des Tages auf unserem Konto gelandet und Bayer hat Federn gelassen. Was mir persönlich seit Wochen auffällt, ist, dass wir teils ohne Plan auf dem Feld stehen. Wie so oft muss der Spieler den Kopf heben und sich erkunden, wo der Mitspieler eigentlich steht. Soll heißen, früher war der Ball zwei Sekunden am Fuß und heute teils fünf Sekunden aufwärts. Übertreibe bewusst. Kaum Dreiecke erkennbar bei eigenem Ballbesitz. Sondern steigt der Druck und einige versuchen es dann eben mit dem Kopf durch die Wand. Egal. Momentan zehren wir von der teils individuellen Klasse einiger Spieler, die dann eben den Unterschied ausmachen. Denn eine taktische Ausrichtung kann ich leider nicht erkennen. Ja, unsere Truppe hat arg mit verletzten Spielern zu kämpfen. Aber das sollte man gewusst haben, wenn man so in die Saison geht. Wird wohl bald der Zeitpunkt kommen, wo wir wohl oder übel auf die eigenen Talente setzen müssen. Würde mich persönlich freuen. Ja, dass du schreibst, stimmt natürlich. Das große Problem, was ich sehe, ist halt leider, dass es seit dem Tuchel im Amt es so ist. Dass man keine Strategie, Philosophie, Taktik, sonst was sieht. An den Titel wage ich gar nicht zu denken. Denn momentan hätte es Bayern 04 ehrlich verdient. Sollte es so kommen, erhoffe ich mir sogar einen Knallereffekt beim FCB. Dass alles auf links gedreht wird. So wie als der BVB zwei Jahre Meisterbrude. Wer da jetzt die Schuld hat, ist mir egal. Weil es ist, wie es ist. Ja. Wie gesagt, hätte man schon letzte Saison machen müssen. Also wenn die Verantwortlichen jetzt wieder nicht aufgewacht sind, egal wie die Saison ausgeht, dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Jetzt gegen Gladbach, die eben Selbstvertrauen gegen Bayer getankt haben. Das wird lustig bei den momentanen Verfassungen. Wenn wir das Spiel, warum auch immer, dominant gewinnen, dann sehe ich uns gut gewappnet gegen Bayer 04. Ansonsten zieht euch warm an. Eines Tage wird unsere Meisterserie so oder so reißen. In diesem Sinne euch allen einen schönen Sonntag. Das ist ja auch völlig okay, dass unsere Serie irgendwann reißt. Und nochmal, Leverkusen spielt auf jeden Fall den besseren Fußball. Ob es dann am Ende reichen wird, wird man sehen. Wenn, dann wird das neidlos anerkannt und gut ist. Und ich gehe damit, dass wir gar nicht an die Meisterschaft denken brauchen. Wir müssen erstmal gucken, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir mal in unsere eigene Leistung Stabilität reinbekommen, dass wir endlich mal in jedem Spiel, dass man in jedem Spiel sieht, dass wir eine Mannschaft sind, dass man sich gegenseitig hilft und so weiter und so fort. Und dann, wenn das alles gegeben ist, wäre es schön, wenn wir dann noch eine Spielphilosophie erkennen würden. Joa, dann können wir gerne mal an die Meisterschaft denken. Vorher, nö. Joa, Sané hat seine 10 guten Spiele in der Saison durch. Joa, GB, denke ich auch. Aber Vertragsverlängerung ist ewig, ewig FCB. Chris, spannendes Spiel. Wir waren am Anfang sehr verunsichert, aber nach dem Tor war es okay. Glück gehabt, kam es zum richtigen Zeitpunkt, gerade auch nach dem Abseits-Tor. Stimm dir zu, alle haben gekämpft. Sané hatte wieder seine Phase vor der Pause, aber danach hat er auch wieder gut zurückgearbeitet. Gerade auch, weil Guerrero einen gebrauchten Tag hatte. Das war gar nichts als RV. In einer Situation hat sich Tuchel so maßlos aufgeregt, weil Thelma vom 16er abgezogen hat. Also, das ist halt bei Tuchel nicht erlaubt. Gut, dass sie es trotzdem machen, siehe Davis. Ich weiß nicht, ob er sich darüber aufgeregt hat, dass er abgezogen hat. Ich weiß, welche Szene du meinst. Das war im 16er, aber noch nicht weit im 16er. Ich denke, Tuchel hat sich aufgeregt, weil der Ball halt einfach Richtung Mond ging und nicht aufs Tor kam. Ich denke, das ist, warum Tuchel sich aufgeregt hat. Als Stürmer in dieser Pose muss der Ball wenigstens mal aufs Tor kommen. Ich glaube eher, das war die Aufregung. Nicht, dass er geschossen hat. Weil in der Situation, wenn ich es richtig im Kopf habe, war auch nicht irgendwie eine Anspielstatt. Er hätte daran vorbeigehen können, zu versuchen, den Ball dann reinzulegen. Aber er ist ein Stürmer. Er muss solche Dinge dann nehmen. Wenn er mal mehr Spielpraxis hätte und dann auch wieder dieses Selbstverständnis, dann würde er diese Dinge auch wieder reinmachen, bin ich mir sicher. Wir können den Ball nicht immer ins Tor tragen. Das hemmt die Spieler komplett, weil sie immer Angst haben, einen Einlauf zu bekommen, wenn sie mal schießen. Drei Punkte zählen. Zählen war ein interessantes Spiel, auch weil keiner mehr Angst vor dem FCB hat. Saison wird spannend bleiben. Schieß. Ja, Saison wird auch für uns spannend bleiben. Man wird sehen, wie die Leverkusen weiter performt. Für uns wird es spannend bleiben. Aquarius stimmt dir bei vielen Sachen zu, aber Sané hat für mich heute auf ihn bezogen, das fast zum Überlaufen gebracht. Hat hier und da mal gut nach hinten gearbeitet, das stimmt, aber nach vorne war das wieder zum wiederholten Male einfach Note 6. Wenn man sich mal anschaut, wie Musiala da nacheinander drei bis vier Spieler mit seinen Dribblings vernascht hat und dann auf Leeroy guckt, da falle ich einfach vom Glauben ab. Wie oft er in der letzten Zeit versucht, irgendwie zu dribbeln und jedes Mal scheitert und die Chancen einfach nur wegwirft, geht einfach gar nicht. Dazu seine Körperhaltung. Also wäre nicht er selbst schuld, sondern der Ball, der das spielt oder was weiß ich was. Der schlechte Platz. Generell diese ständige Versuche, den Ball ins Tor zu tragen, Finte hier, Finte da, obwohl man drei Meter vom Tor steht. Für mich 1 zu 1 Tuchels legendäre Zähne aus dem Training. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und keiner davon klappt. Ja, Leeroy hat anscheinend keinen Bock auf der rechten Seite zu spielen. Ich weiß nicht, letztes Mal hat irgendeiner behauptet, Leeroy spielt sehr gerne auf der rechten Seite. Seitdem er auf rechts spielt, sind die Leistungen katastrophal, was nach vorne angeht. Ja, er arbeitet teils mit nach hinten, was man ihm zugute halten kann. Aber wie du schreibst, nach vorne ist das einfach viel zu wenig. Da war richtig was los, Steve. Ja, da war richtig was los. MediBeatsProd. Naja, bei der Leistung könnte man Fonsi ruhig mal eine 2 geben. Er hat meiner Meinung nach schon ein starkes Spiel gemacht. Gekämpft, so wie man das in so einem knappen Spiel erwartet. Hat mich sehr gefreut, mal wieder ein Tor von ihm zu sehen und er hat sich sichtlich auch sehr darüber gefreut. Man hat gesehen, dass ohne Kimmich in der Zentrale viel mehr Dynamik bei uns entsteht, weil Pavlovich einfach saubock hat zu kicken. Man sieht ihm die Spielfreude regelrecht an, der Körpersprache und Mimik an. Mal schauen, ob Thomas Tuchel wieder sein, auch so stark. Startelf geht nicht wieder dahin. Alter, was hast du denn da für einen Satz rausgeballert? Man sieht ihm die Spielfreude regelrecht an, Komma. Der Körpersprache und Mimik an, Komma. Mal schauen, ob Thomas Tuchel wieder sein, ach so starken Startelf Kimmich wieder dahin packt, wenn er wieder fit ist. Ja, na klar wird der Kimmich wieder spielen. Dann ist ja, da ist auch die Angst, die ich habe. Wobei es Meisterschaft hin oder her jetzt wirklich langsam an der Zeit ist, der nächsten Generation beim FCB eine reelle Chance zu geben. Mattis Thäl auch stark, ich denke, er ist leider gerade in einem Loch, muss bestimmt auch frustrierend sein, immer auf der Bank zu sitzen. Bestimmt belohnt er sich in den kommenden Spielen. Rotwassel Grüße. Ja, stimme ich dir zu, habe ich ja gerade auch gesagt. Pfostenschuss war ein bisschen ärgerlich, auch das Ding davor. Ich denke, das ist aber auch normal. Es fehlt einfach die Spielpraxis, das Selbstverständnis und ja, ich denke auch, dass man da ein bisschen, obwohl ich weiß nicht, ob er resigniert. Also er reißt sich ja immer noch einen Arsch auf, wenn er reinkommt. Keine Ahnung. Note 2 für Fonsi. Ja, ist doch okay, wenn du das so siehst. Also, super gerne. Gib ihm eine 2. Ich hoffe, dass Tuchel Boyer, Boyer, ne, GB, ich mach mal den Klugscheißer heute. Boyer auch spielen lässt, der, da geh ich von aus. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, dann muss der Tuchel rauswerfen. Punkt. Also, Ende Gelände. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Also, wenn ich einen rechten Verteidiger jetzt für 30 Millionen verpflichte, der jetzt eine Woche im Training ist, dann hat der zu spielen. Wenn man dann anfängt, da wieder einen Guerreiro hinzustellen, der unterirdisch war, so eine andere Alternative hat man ja eh nicht. Also, nee. Punkt. Wenn dann die Ausrede kommt, er ist erst eine Woche bei uns, Alter, dann ohne Scheiß, dann rief Marker auf den Arsch und weg. Peter Petersen. Peter, Peter Petersen. Kimmich wurde wieder einmal nicht vermisst. Pavrovic hat das wirklich gut gemacht. Bis auf ein paar kleine Fehler für sein Alter, aber mehr als nur gut. Ansonsten hat mich das Spiel wieder viele Nerven gekostet. Ja, das war doch übrigens mal interessant. GB nochmal. Ich bin mal gespannt, wer für Coman spielen darf die nächste Zeit. Gnabry ist ja noch eine Weile weg. Müller heute unterirdisch. Ja, Tell will spielen. Also, wenn der Brian nicht kommt, will Tell spielen. Ist jetzt mein Take. Take Counter 1. Ich glaube einfach, dass das Tuchels Philosophie ist. Einfach mit schnellen Außen, die dann in Kontrasituationen, weil Harry Kane ist kein Kontrastürmer. Ja, das sollte klar sein. Und nur ein Liebhäuser, da vorne ist halt auch ein bisschen wenig dann in Kontrasituationen vom Speed her. Von daher gehe ich davon aus, dass in Tell den Vorzug von Müller bekommen wird. Aber je nach Spiel kann das natürlich auch mal anders sein. Wir werden sehen. Wird spannend zu sehen sein. Volki. Und jetzt fällt noch Coman aus. Tell von Anfang an, dann wird es noch besser. Ich enthalte mich da mal. Jetzt bin ich wieder böse. MOK, Gott ist mit uns und treibt den Umruh an. Alter, ihr seid ja noch böser wie ich in den Kommentaren. Gefällt mir natürlich. Marco Günther, ich wäre noch vorsichtig mit der Aussage, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Hab diese Saison schon einige Spiele von Bayern gesehen, wo ich dachte, es wäre ein Schritt nach vorne und im nächsten Spiel ging es wieder zwei Schritte zurück. Ja, das ist richtig. Aber nochmal, Herr Kimmich ist am Wochenende noch nicht einsatzbereit. Gibi, der erste Elfer war ein Witz. Der Augsburger geht mit dem Ellenbogen in Neuer rein. Ach komm, Gibi, nimm mal die Vereinsbrille ab. Wenn man als Torwart rausgeht und diesen macht und dann den Gegner, ja, er touchiert ihn am Kopf, ja, haut sich jetzt nicht voll vor die Birne, aber wenn ich da so hingehe, wo ist der, erst mal, dass er überhaupt da so weit rausgeht, habe ich nicht verstanden, völlig sinnfrei. Und wenn, dann muss er halt hochspringen und den Ball weg oder mit der Wegfausten, aber doch nicht ihn machen hier wie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Sportart der Neuer die letzten Tage im Fernsehen geguckt hat, das hat aber noch nichts mit Torwartspiel im Fußball zu tun gehabt. Und da muss man sich nicht beschweren. Kasa, Servus und Glück auf, war ein erwartet gutes Spiel. Erwartet, weil es ein Derby ist, und beide Mannschaften eigentlich immer heiß aufeinander sind. Alles andere hätte mich schwer enttäuscht. Da stört es mich auch überhaupt nicht, dass man eine ordentliche Portion Glück benötigte. Sowas gehört im Fußball dazu. Klopp hat es mal sehr treffend formuliert, du brauchst Glück im Leben, ohne Glück bist du am Arsch. Bayern war endlich mal wieder eine Mannschaft, da war Leben drin, jeder wollte heute gewinnen und das nicht allen anderen auf den Platz überlassen. Ja, klar, es hat mit einem komischen Nachgeschmack, wenn der Fahrt so viel eingreifen muss, gerade bei sehr knappen Entscheidungen. Dabei juckt es mich dann auch nicht, dass man hier von verdient oder nicht verdient spricht. Ändert sowieso nichts am Ausgang. Gute Besserung an Coman, wenn die Berichte stimmen, hat er sich einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen. Bitter, bitter. Eigentlich schade, dass man dabei von einer Chance für Tal sprechen muss. Pavlovich hat seine mal wieder genutzt. Ich würde es interessieren, wie eine Doppelsex aus Kimmich und Pavlovich aussehen würde. Dann könnte Kimmich die Sau nach vorne rauslassen, am besten noch die Ecken für den Gegner treten und Pavlovich sicher nach hinten ab. Mittlerweile kann man ja kaum noch von Einbildung sprechen, wirklich jedes Mal, wenn Kimmich fehlt, ist in der Mannschaft scheinbar ein anderer Zug drin. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie die Mannschaft kommende Saison aussehen wird. Ich bleibe dabei, dass man ein paar alte Zöpfe abschneiden muss, damit der junge Nachschubperspektiv hat. Atsnu, Buchmann, Stanisic, Pavlovich, Kretzis, Wonarex, Zaragoza, Irakunda und natürlich Tel. Das ist überall schon richtig Qualität vorhanden. Atsnu, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ich weiß es nicht. Rechtsverteidiger Posi, ja, kommt drauf an, was mit Mats Raoui passieren wird. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass der im Sommer den Verein verlassen wird. Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, super schwer vorherzusagen. Bin sehr gespannt, was da passiert im Sommer. Jetzt kommt Gladbach, das wird sicher auch wieder ein heißes Spiel. Ja, mal abwarten. Secretan Runner, Off-Topic, ich würde es angemessen finden, wenn das Münchner Olympiastadion fußballkonform renoviert und es in Franz Beckenbauer Olympiastadion getauft werden würde. Nach Vorbild Atatürk, Olympiastadion, Istanbul. In den neu renovierten Stadionen sollten dann die wichtigsten Länderspiele der deutschen Supercup und alle zwei Jahre abwechselnd mit dem Berliner Olympiastadion die Pokalfinale stattfinden. Ja, aber, ja, fühle ich natürlich, ja, gar keine Frage, aber, wer soll die Kosten tragen? So, guck dir das Stadion an, also du müsstest da ja wirklich, das ist ja nicht, es ist ja nicht mehr zeitgemäß, das Stadion, muss man ja leider so sagen, ja, da ist ja kaum was überdacht. Ähm, erst mal würdest du die Architektur zerstören, die das Stadion ausstrahlt, ja, wenn du es jetzt irgendwie umbauen würdest, überdachen würdest, sonst was, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich ist. Aber, ja, wäre natürlich ein schöner Zug, aber, ähm, ja, halte ich nicht für möglich. Und Allianz Arena wirst du auch nicht umbenennen, weil da einfach zu viele Millionen im Jahr fließen. Ja, traurig, äh, aber wahr. Räder Joe, danke. Funklava, an diesem Spieltag ist es zugunsten der Bayern gelaufen, weil die Überkursen unentschieden gespielt hat. Zwei Punkte Rückstand bedeuten, dass die Bayern den Meisterkampf wieder in der Hand haben, sofern sie den Vergleich mit den Überkursen gewinnen. Also, die Defensive war heute offen wie ein Scheuentor. Okay, ist auch unseren Außenverteidiger geschwürdelt. Lass doch mal den geschwurten Jungen ervoren, verstehe ich nicht. Er ist natürlich ein gelernter LV, kann aber auch RV spielen, ne, äh, das nur nochmal zur Erinnerung. Aber ja, ich denke, er hätte es nicht schlechter gemacht. Ja, also, und ja, unser großes Problem war die Außenverteidigung. haben wir gesehen, wie viele Flanken von beiden Seiten geflogen sind. Nordcore, warum spielen wir ohne Kimmich immer wie ein Team? Hat uns das was zu sagen? Hoffentlich hätte T.T. jetzt endlich an Pavlovich wer ist. Jugend voran. Schade, dass T.T. sein Schuss nur an den Pfosten ging, aber seine Zeit wird kommen. Die Verletzung zur Zeit könnte jetzt gezwungenermaßen die Chance für unsere Jugend sein. Beste Grüße, Kai. Ja, warum das so ist, ich habe es ja schon mal meine These in den Raum gestellt. Ich denke einfach, dass wenn Kimmich nicht auf dem Feld ist, jeder einzelne Spieler drumherum einfach mehr Verantwortung nimmt. Ja, so, wenn Kimmich da ist, hat man so das Gefühl, so, der ist der Verantwortungsstaubsauger. So, ich bin hier der Häuptling, ich sage, wo der Ton lang geht, wie es läuft, bla, Sülz, und das tut er im Spiel halt viel zu wenig. Weil man hat gesehen, wie viel Kommunikation zwischen den Spielern war. Ja, den Kimmich auf dem Feld ist, siehst du das gar nicht. Traut sich gar keiner. Ich denke, das ist ein Faktor. Ich weiß nicht, ob man da Kimmich den Vorwurf machen kann, wahrscheinlich noch nicht mal hat. Ja, aber wer weiß, vielleicht wird es ja jetzt besser werden. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Der Kommentar, man hat immer mehr das Gefühl, dass in einer äußerst latenten Art und Weise Kimmich die Wurzel allen Übels ist. Was soll ich sagen? Gerard Berger, die Mannschaft stellt sich bald von alleine auf. Joa. Felix Saal, das Trainingssager vom 14. bis 18. Er ist nur eine absolute Schnapsidee, auf welche keine andere Bundesliga-Mannschaft gekommen ist. Und so wie ich es in Erinnerung habe, war es neben Teambuilding auch sehr intensiv. Die vielen Verletzungen könnten also damit zusammenhängen. Das weiß ich nicht. Da bin ich zu wenig im Thema. Max Albert, Medien eher pessimistisch über das Spiel von Bayern-Zittersieg. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, was sollen die Medien denn noch anders schreiben? Die Medien schreiben das, wo Leute draufklicken. Wo klicken Leute drauf, wenn da steht FC Bayern-Zittersieg oder FC Bayern-Unterirdisch, FC Bayern-Schlecht, bla, so, da klicken doch 80% aller Fans von anderen Vereinen drauf, weil sie sehen wollen, dass der FC Bayern leidet. Wenn du elfmal hintereinander meistern wirst, so eine Dominanz in der Liga hast, ist genau das, was die anderen lesen wollen. Ist doch völlig normal. Natürlich haben wir ein bisschen Glück gehabt, aber ein Zittersieg. Unter Zittersieg verstehe ich was anderes, aber das ist auch immer Interpretationssache, denke ich. Ich habe es ja in dem Video gesagt, wie ich sehe. Gerald Berger, ich stehe meistens hinter dem Müller, aber den Elfer, den er verursacht, ist ein Unding. Mit seiner Erfahrung sollte er niemals so in den Gegner gehen, im 16er. Er braucht ihn nur zu stellen, das war total übermotiviert. Ja, stimme ich dir zu. Also, das hätte man besser lösen können, müssen. Und gerade er, ich meine, wenn er da schon ist, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, dann muss er da ein bisschen schlauer gehen. Dave, hey Kerry, aus meiner Sicht siehst du das Spiel viel zu positiv. Wir hatten weniger Schüsse und auch weniger Schüsse aufs Tor als Augsburg. Hätten das Spiel genauso gut unentschieden, wenn nicht sogar verlieren können. Wir befinden uns sogar kurz vor der heißen Phase Saison und sind der FC Bayern. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich sehe überhaupt gar keine Entwicklung in unseren Spielen schon seit mehr als einem Jahr. Ja, da stimme ich dir ja zu, dass wir keine Entwicklung haben, dass wir keine Spielidee haben, das sehe ich alles genauso. Und dass ich das Spiel positiv sehe, ist oft die letzten Wochen bezogen. Dass das nicht der Anspruch des FC Bayern ist, wobei man fairerweise sagen muss, dass wir die letzten zwei Spiele in Augsburg verloren haben, in den letzten beiden Jahren. Also, ja, Pokalspiele haben wir gewonnen. Ne, also immer mal Statistiken, lass mal Statistiken Statistiken sein. Na klar, ich gebe dir recht, habe ich ja auch gesagt, das Spiel hätte auch unentschieden ausgehen können. Es hätte auch pro Augsburg ausgehen können, wenn da das erste Tor gefallen wäre, aber hätte, hätte Fahrradkette gewinnen, das jetzt am Ende des Tages. Für mich persönlich war es positiver, weil Kommunikation auf dem Feld war, weil man gemerkt hat, es ist eine Mannschaft, ich habe gesagt, ganz viel, du hast ganz, ganz viel Duft nach oben, gar keine Frage. Aber es war, im Gegensatz zu den letzten drei leblosen Spielen, Auftritten der Mannschaft, war es viel, viel besser. Und das ist, was ich damit meine. Dass das für einen FC Bayern, wieder ohne teilweise klare Spielidee, Spielstrategie, immer noch Grütze ist. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber wir können ja, wenn wir das als Maßstab nehmen, so sagen wir mal den FC Bayern vor zwei Jahren, ja, dann müssen wir seit zwei Jahren jedes Spiel mit Note 6 bewerten. So können wir ja nicht. Oder will ich nicht. Kann man natürlich machen, aber wir müssen ja schon den Maßstab immer zu den Spielen davor nehmen. Und deswegen eine positivere Sicht auf die Dinge. Ich habe es ja gerade erklärt, warum. Jettberger, das Rechtsverteidigerproblem sollte jetzt geregelt sein, ja. Aber natürlich kannst du, Dave, kannst du das natürlich, wenn du das in Relation siehst zu unseren letzten Jahren, stimme ich dir 100% zu. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der Hardcore-Zucker, wichtiger Sieg heute. Schade für King, aber in aktuellen Form ist der wohl kein Verlust. Und Neverkursen spielt heute noch dazu unentschieden, dazu hätte nicht besser laufen können. Rot-Weiß-Grüße gehen raus. Ja, Rot-Weiß-Grüße zurück. Ja, war besser. Kimmich war auch nicht auf dem Feld. Ja, leider ist das so. Verdienter Sieg von uns und auch verdient, verdient sehe ich es nicht. Wir haben schon ein bisschen Glück gehabt. Muss man, guck die Statistiken an, haben wir gerade hier auch gesehen. Also verdient ist schon schwierig zu sagen. Fühle ich persönlich nicht. Aber ja, die Kommunikation war heute viel, viel besser. Der Bayern-Fan-VL-Wahl. Jettberger, heute haben wir Glück und lieber Grußen Pech. Ja, so ist das manchmal. Klick-Klack, gegen den Tabellen 13. knapp zu gewinnen, löst mittlerweile schon große Euphorie aus. Die unterirdischen Leistungen der Vergangenheit zeigen Wirkung. Der Bayern-Fan ist wieder fast am Boden angekommen. Jetzt nur nicht die Meisterschaft gewinnen. Das hat nichts mit Bayern-Fan am Boden angekommen zu tun. So einen Spruch kannst du dir schenken. Und es löst keine Euphorie aus, es löst die Euphorie aus, ich habe es gerade schon gesagt, dass endlich mal Kommunikation und Leben in der Mannschaft war. Was halt bisher nicht der Fall war. Dass das immer noch schlecht ist für den Standard des FC Bayern, ja, ist halt so. Und ja, wenn wir die Meisterschaft nicht gewinnen, was wir mit den aktuellen Leistungen, die wir gesehen haben, mit Sicherheit nicht tun werden, ist das auch völlig gut so und gerechtfertigt und alles ist tutti. Sollten wir jetzt auf dieser Leistung aufbauen, sollten wir jetzt Step für Step besser werden, dann sieht die Sache anders aus. Aber ob das so sein wird, ob Tuchel das hinkriegt, ich persönlich wage es zu bezweifeln. Ist der Fels nicht der Turm? Fels in der Brandung, der Turm in der Brandung, das Boot in der Brandung, der Zagos in der Brandung, der Red Munich in der Brandung. Banja, guten Abend, deine Einleitung ist sehr, sehr unterhaltsam, ja, aber auch mit extrem Höhen und Tiefen und sinnlosen Fehlern. Die beiden Elfmeter so dumm, Neuer mit einer sehr komischen Aktion hat aber seinen Fehler ausgebügelt. Zu Müller, ich kann nachvollziehen, dass er sauer ist, wenn man 85 Minuten zuschauen muss, was da Neda macht, aber seine beiden Fouls und gerade die Entstehung zum Elfmeter völlig dumm. Zum Spiel, die ersten 15 Minuten waren extrem unsicher und Guerrero so wie Davis waren auf Note 6 Kurs. Guerrero war im Großen und Ganzen ein Totalaushalter, hätte man lieber Arsno spielen gelassen. Keine Zweikämpfe, kranke Abspielfehler, das war gar nichts. Ähnlich bei Davis, ja, er hat das Tor gemacht und in den 80. eine gute Defensivaktion, aber sonst wieder mit einer Dünnleise. Ja, sehe ich genauso. Auch Guerrero bei der Elke vor dem Tor zudem geschlafen und Davis auf der anderen Seite ähnlich. Wer mir gut gefallen hat, zum Beispiel Goretzka, der wie im letzten Spiel noch heute noch mehr sehe viel geredet und anfühlt. Sah im Großen und Ganzen gut aus. Pavlovich hat sich auch ins Spiel gekämpft, beide haben das gut gemacht. Jamal bleibt mir ein Rätsel, selten jemand gesehen, der so dribbelstark ist und so schlechte Pässe spielt. Was auch positiv war, dass wir durchgehend im Spiel waren und den Kampf und die Härte angenommen haben. Ich denke, da fehlen einfach die Abläufer. Ja, wenn du eine klare Zuteilung vorne hast, eine klare Aufteilung, dass du weißt, ich bin jetzt auf dieser Position, ich dribbel jetzt hier fünf Spieler aus und dann kann ich blind den Ball da hinspielen und dann muss da jemand sein. Ich denke, das ist ein großes Problem, was wir haben. Deswegen sieht Musiala teilweise so schlecht aus. Selbst nach dem Anschlusstreffer sofort weitergemacht. Ach, endlich haben wir mit Dyer noch einen Spieler, der wirklich flanken kann mit Kane. Nach den ersten 15 Minuten haben wir das Spiel kontrolliert bis eben zu den letzten Minuten in der letzten Rückrunde hatten wir in fast jedem Spiel einen Elfmeter. Heute zwei und fast einen dritten von den Hürden. Am Ende gewonnen drei Punkte. PS nur nach Video gesehen. Stimmt, hast recht, die Kommunikation war gut im Team, aber Guerreiro wäre schon mit einer fünf gut bedient. Ich sehe Tuchols Note sogar eher zu vier Minus, weil er nicht die Eier besitzt, einen völlig desolaten Guerreiro vom Platz zu nehmen, der uns extrem geschallt hat und uns dafür kaum was gebracht hat. Bei Sané kann man sagen, okay, er ist schwach, kann aber in jeder Sekunde was kreieren, aber Rafa war so schwach, das hätte Arznu deutlich besser gemacht. Ja, kann man so sehen, hast du vollkommen recht. Quitterliti. 47 Punkte ist trotzdem sehr stark, trotzdem fehlen Ausfällen. Vor einer Woche hieß es noch, Bayern ist vorzeitig Meister und jetzt sind es nur noch zwei lächerliche Punkte auf Platz 1. Bayern abzuschreiben ist ein großer Fehler und wir alle wissen, was Bayern in den Topspielen ablief, weil ich sage nur BVB in Stuttgart. Ja, Herzkrisse, weil ich den Kommentar gelesen habe, ich habe keinen Bock auf diese Diskussion. Habe ich im Stream ausführlich getan, guckt dir das sehr gerne an, wenn du da meine Meinung zu haben möchtest. Andy Covey. Solche ersten 20 Minuten gegen Lazio und man braucht zum Rückspielen nicht mehr antreten. Für einzelne Lichtblicke, aber insgesamt viel zu wenig für die Ziele, die man hat. Ja, ju, dass man nicht die ersten 20 Minuten jetzt ein bisschen schwer reinkommt, den Umstellungen und so weiter. Muss natürlich besser sein, gar keine Frage. Und ja, ich gebe dir recht, in der Schimmensee kannst du dir sowas sehr wahrscheinlich nicht erlauben. Aber du konntest es dir eigentlich auch nicht gegen Augsburg erlauben. Wir haben halt das Quäntchen Glück gehabt. Heute zwei Flanken bei uns. Augsburg über unsere offene Außen mit 20 Flanken. Ja. Maloja Luca, da spielt der Kimmich mal nicht und es läuft besser. Jetzt noch den Gnabry aufstellen und die Meisterschaft kann kommen. Ja. Ganz bestimmt. Peter, das Spiel hat gezeigt, wer zum Ende der Saison auserzählt gehört. Müller, Schuppo, Coman und Kimmich. Müller hat ja den Vertrag extra verlängert, der wird also nie auserzählt werden. Der wird eine Saison auf der Bank sitzen, wenn Tuchel weiter Trainer bleibt. Was dann aber auch, sind wir ehrlich, ein sehr unrühmliches Ende für diese Karriere ist. Leider. Patrick, komisch, Kimmich fehlt und die Leistung wird besser. Wem noch nicht auffällt, dass wir diesen Jujo nicht brauchen, sollte er ein anderes Hobby suchen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn nicht brauchen. Vielleicht muss er seine Art und Weise ein bisschen ändern, Snackmonster. Oder vielleicht hätte er uns als rechter Verteidiger weitergeräufen. Ich weiß es nicht, hat Tuchel ja nie probiert, hat er nicht die Eier für gehabt. Sehr schade. Natürlich sind die Spieler verunsicher. Was erwartet man, wenn man ständig mit einer neuen Viererkette spielt? Ach komm, hör mir auf, Alter. Seh die Schuld null bei Tuchel. Ja, komm. Besonders eine gefestige Abwehr gibt Sicherheit für die Mannschaft, aber das geht nicht, wenn jedes Mal Spieler sich verletzen. Auch da habe ich gerade keinen Bock auf die Diskussion. Einfach mal aufhören, alles immer an Kimmich festzumachen. Wir wissen, dass du kein Fan von ihm bist, musst du auch nicht. Aber Fakt ist, Kimmich ist nicht für alles schuld. Schade, dass du das nicht so sehen möchtest. Da bist du einfach nicht mehr objektiv in meinen Augen. Fitness, Big D. Sei dir gegönnt. Mein Take zu der ganzen Sache. Schau dir einfach mal die Spiele an, die wir diese Saison ohne Kimmich gespielt haben und schau dir die Spiele an, die wir mit Kimmich gespielt haben. Wenn du dann immer noch dieser Meinung bist, dann ist das so. Dann sind wir unterschiedliche Meinungen und gut ist. Also ich denke, die Argumente sind da klar auf meiner Seite. Das hat nichts damit zu tun, dass ich einen Kimmich nicht mag. Das ist völliger Schwachsinn. Das wüsstest du, wenn du den Kanal schon ein bisschen länger verfolgen würdest. Aber alles gut. Ich sage, wie ich es sehe, die Meinung muss man nicht teilen. Das ist völlig gut. Wenn du meinst, der Kimmich tut unserem Spiel gut, dann mein das. Da habe ich kein Problem mit. Seid ihr gegönnt. Gut, kommen wir noch zu den Kommentaren zu der Reaction nach dem Spiel gegen Augsburg, die ja relativ kurz war. Da haben wir nicht wirklich viel. Mal gucken, was ihr noch so geschrieben habt. Peter, Bänderdehnung. Ich weiß nicht, wie manche Spieler das machen. Lothar Matthäus hatte nie eine Bänderdehnung. Wissen Sie mal, in der U-Hose. Toki Bayer, mal etwas Luft gegenüber Leverkusen gut gemacht. Tut der Mannschaft gut? Was soll man zum Spiel sagen? Außer, dass es mit etwas Glück verdiente drei Punkte sind, die Münchner mitnehmen kann. Schaut man auf die letzten zehn Minuten des Spiels, hat man wohl gesehen, wie verunsichert die Mannschaft ist und weshalb Wechsel auch Übermut reinbringen können. Wenn viel Pech hast, stehst nach 98 Minuten mit nur einem Punkt da. Verwandelt Augsburg beide Elfmeter. Zum Spiel selbst gibt es für mich die eine oder andere Erkenntnis. Turetzka, Pavlovic funktionieren im Zentral-Mittelfeld. Tolles Spiel von Bayern, auch ein Mosella legt wieder zu. Ich weiß nicht, wie ihr Sané seht, doch sein Spiel macht mich einfach nur noch wütend. Immer die Schuld bei Mitspielern suchen, indem man in einigen Situationen den Kopf schüttelt. Dazu werden Spielaktionen von ihm umgesetzt auf dem Platz, die zu nichts führen. Ein Dribbling, wo es keines mehr bräuchte, ein VS1, die ein Spieler als Niveau uns mehr als klar für sich entscheiden sollte. Was nicht der Fall ist. Also ich kann mit diesem schlecht spielenden Sané nichts anfangen. Er ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt erneut wieder ein Mitläufer und kein Unterschiedsspieler. Ja, habe ich ja gerade gesagt, seitdem er oder vorhin gesagt, seitdem er auf der rechten Seite ist, ist, wie du es so schön sagst, ist er auf jeden Fall kein Unterschiedsspieler mehr. Gebe ich dir vollkommen recht. Auch davor auf der linken Seite, die zwei Spieler waren auch schon schlecht. Ansonsten ein Kompliment an Dario. Erstes Spiel unter dieser Konstellation nicht schlecht. Tolle Diagonalpässe. Zeugt von Selbstvertrauen. Guerrero auf rechts ist keine Option und kann wirklich nur eine absolute Notlösung sein. Zum Glück ist nun Bouillet verpflichtet worden. Dazu hoffe ich, dass Davis sein Tor etwas Auftrieb gibt und ihm zeigt, wie technisch guten Fußball er spielen kann. Nicht nur mit Dings. Am Ende ein Lob an die Mannschaft und einen wichtigen Sieg. So funktioniert ist es und es ist eine Basis, an der man sich aufbauen kann muss. Ihr könnt es ja, wenn das Spiel nicht zum Stillstand kommt. Was? Ihr könnt es ja, wenn das Spiel nicht zum Stillstand kommt. Daher hoffe ich, dass sich nun Goretzka Pavlovich im Zentral-Mittelfeld einspielen und so Spieler wie Leimer chemisch herausfordernd sind, da sie aus Verletzungen zurückkommen. Dürfen nicht einfach Gesetz sein. Schauen wir mal, was Tuchel macht. Hoffe das auch. Er mal erkennt, wer zusammen wo miteinander harmoniert und wer mal eine Auszeit. Ja. Ne. Also das hat Tuche bisher in über 20 Spielen nicht gerafft. Das wird er auch nicht mehr raffen. Also für mich ist der Zug da abgefahren. Das haben die letzten Pressekonferenzen wieder deutlich gemacht. Ich sage auch voraus, dass jetzt ein Bouillet da, je nachdem, ob ein Davis links spielt, wird ein Guerreiro im Mittelfeld spielen. Und entweder wird ein Pavlovich weichen oder es wird ein Goretzka weichen. Glückwunsch zum erfolgreichen Tipp. Ja, Peter, danke. Schakka, fünf Punkte waren das. Tyron, das Spiel war meiner Meinung noch etwas stärker von uns, aber das ist, da ist noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Ja, natürlich. Daher gefällt mir gut, da konnte ich die viele Kritik nicht ganz verstehen. Ich finde, bei Tell merkt man, dass er zu wenig Spielpraxis bekommen hat. Ja. Ich hoffe, dass Tuche nun die nächsten Spiele auf ihn setzt und er seine Qualitäten zeigen kann. Jetzt mal ein anderes Thema. Kann es sein, dass du Herr der Ringe Fan bist? Tolkings Werke und die Filme von Peter Jackson sind einfach 10 von 10. Viele Grüße, noch einen schönen Tag. Ja, natürlich. Ich bin absoluter Herr der Ringe Tracky, wenn es Tracky heißen würde. Ne, bin ich, spiele auch Herr der Ringe online seit 17 Jahren und sowas. M.O.K. Der Jurendic hat der je Ausstiegsklausel? Der wäre ein Kandidat, wenn man nach dem Neapel Rückspieltur was? Der Jurendic hat der eine Ausstiegsklausel? Das weiß ich nicht. Der wäre ein Kandidat, wenn nach dem Neapel Rückspieltur weg ist. Äh, was für ein Neapel Rückspiel denn? Meinst du Lazio Rom oder was? Ich glaube, du verwechselst da gerade etwas. Aber ist nicht schön. Banja, vorab, es sind drei Fragen. Christian Loch, Kai, tausch mal deinen Header aus. Hast das zweimal hintereinander PK vorm Spiel statt Nachspiel. So ein Mist ändere ich gleich. Rein in den Bums, ganz genau. Snackmonster, vielen lieben Dank. Leute, das war's. Ohne weiße Grüße gehen raus, kurze Schmerzlose. Vielen Dank für eure Kommentare. Ich bin gespannt auf das Gladbach-Spiel. Mal gucken, was da so kommt. In diesem Sinne, tschüss. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne, nochmal rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainerin ist kein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.